Ich versuche einfach weiter noch rechts zu halten. Ich versuche einfach noch rechts zu halten. Ich versuche einfach noch rechts zu halten. Das ist die alte Zufahrt zum Teil der Nonnen. Das sieht noch handgeschlagen aus, muss aber noch vor 10 bis 15 Jahren in Betrieb gewesen sein. Wie in Deutschland ist die Zeit auch der Kastanienernte. Bloß hier sind die Esskastanien drin, wo auch dieser Kastanien-Schnaps und das Gebäck, was wir vorhin gegessen haben, gemacht wird. Das kommt garantiert dann nochmal runter. Ja, hier hat wohl ein Steinschlag eine Wasserleitung gekillt. Was der Chef will, nie das, was ich will. Was willst du denn, Mensch? Zurück. Das ist ein Steinschlag. 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 Was machst du? Nehmen wir noch den Arsch und dann die Innenbretter Mein Schatz, sie friert, aber ist gar nicht so kalt Doch Das unten war auch nichts anders Die waren gekocht Babys Mit Gepäck Zufahren Da kommt der Fußballer durch Das ist der Viewpoint, wie es so schön bei Google steht, auf das Nonntal Und das sieht schon ganz gut aus Das Nonntal selber glänzt durch zwei große Werkhallen Und ansonsten haben sie an Sehenswürdigkeiten ein wenig gespart Ja, aber die Aussie ist nicht schön Auf die Bahn Ja 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 In der Privat denke ich immer ganz sicher. So, ich zeig jetzt mal die Möglichkeit, oh, es ist schon weggeschlagen, aber wie tut ein Spanier Wasser anzapfen? Kann ich noch nach Portugal oder nach Portugal machen? Man kann es ja mal probieren. Also, wie tut ein Madejana Wasser anzapfen? Ich zeig jetzt mal die Möglichkeit.